Hey, sag's den! Feinster! Ich hab ein paar Leute aufs genommen, aber lassen sie erstmal zum Anfang gehen. Crazy, Alter. Friends, wir haben 1.11 Uhr. Zeit zum Losfahren. Ich kann es nicht fassen. Ich hab grad... Wir sind um 1 Uhr nachts in Frankfurt und er ist hier. Penis. Dann ging es erstmal 8 Stunden lang in den Zug und ich sag euch ehrlich, was mir direkt aufgefallen ist, die Architektur in Amsterdam ist einfach viel, viel cooler. Und jetzt gönnt ihr euch dieses Bahnhofssystem. Also jetzt mal ehrlich, guckt doch. Gönnt euch das doch. Oder bin ich der Einzige, der das krass findet? Ist ja geil. Aber erst mal zum Airbnb. Wir suchen hier grad unser Airbnb und ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind hier grad irgendwo ausgestiegen und ihr müsst mir jetzt viel Glück wünschen. Digga, was? Spitzkunden! Freunde, ich hab eben gerade Affiliate-Batch bekommen, aber rate mal, wer jetzt Partner ist. Zeig mal dein Partner-Batch. Ach du... Boah, guckt euch das an, Digga. Und jetzt gibt's hier diese Waffeln, Alter. Oh mein Gott! Dann haben wir euch ein bisschen durch die Heim mitgenommen. Und ich sag euch, das war echt cool. Ist das Pac-Man? Ist doch mega langweilig. Wir sind aber für ganz viele alte Spiele. Playscene. Ich hab Mario gefunden. Guck mal. Ich bin. Auf, das liegt drauf. Funktioniert doch Mario. Ne Frechheit. Okay, ganz kurz. Das kann nicht sein. Leute, werdet ich dick. So ein bisschen jetzt irgendwie bei diesen Ständen, wo so Spiele sind und sowas. Ah, warte mal, was? Wen haben wir denn hier? Ronny Bergson und Knurps. Digga, willst du ne Banane? Nee. Kleine alte Stapte. Wir gehen jetzt zum Medium Bridge. Hallo, Leute. Hallo, hier ist Dean. Neuer Vlog. Nein. Jakob. Oh mein F***ing Gott. Alles Gute, klar. You know me and OG and nobody owns me. Ey, wir gehen essen. Keine Ahnung wo. Wir müssen nochmal schauen. Finish. Feister hat den Schuhbequitzer. Der Feister, doch. Digga, da ist ne Limousine. Ne fette, riesen Limousine. Was ist das? Das muss eigentlich Pokimans sein. Meine Königin. Ab geht's. Feister macht nur Bilder, Digga. Was soll das Feister? Ha? Peace, Leute. Was geht da? Heute machen wir Hide and Seek auf der TwitchCon. Oh mein Gott. Ich kann's nicht fassen. Was bekommt der Gewinner? Eine Paysafe-Card auf unseren Nacken. We spinnen the lucky wheel. I'm done. Jungs, da ist Knut. Der ist so abgefuckt. Ey, was jetzt kommt ganz ehrlich, da muss ich nix zu sagen. Wir haben gerade eben hier gestanden, dachten, so nein, wir stellen sich für Poké an. Ich wasch das nie wieder. Poké, if you see this, you are my queen. In zwei Jahren schau ich mir das an und denk mir, what the f***. Wir haben hier Darkman gefunden. Yo, was geht, was geht's? Oh, super. Was ist die Rüste? Hier ist Merchandise. Ey, das Shirt will ich mir eigentlich wirklich kaufen. Fuß Transition. Ey, ich kenn dich nicht. Aber was sollten die Leute machen? Abonnieren. Fazit vom ersten Tag, wie war's Feister? Es war anstrengend, Junge, ich war komplett am Ende. Okay, oh mein Gott. Yalla. Yalla. Das war übrigens unsere Crib, das war so ein nicest Airbnb-Zimmer, sah übelgeil aus. Freunde, Tag 2 der TwitchCon, wir gehen gleich raus und wir gehen IRL streamen. Ey, sag's Ding, Feister. Wollen wir's küssen? Ja. Yo, ich komm gerade aus dem Schnitt. Tag 2 der TwitchCon ist aber komplett ohne Sound. Ich hab nur Bild, weil irgendjemand mein Mikrofon ausgesteckt hat. Keine Ahnung, woran das lag, aber hier die Footage. Wir sind erstmal hingefahren und hier ein paar Ausschnitte. Und ich mach das hier gerade übrigens One-Tag. Da war unser Livestream, Alter. Und da sind wir da durch Amsterdam durchgelaufen. Ich hab Krusty getroffen, Alter. Schaut ihn euch an. Und dann gab's ein bisschen Rodeo-Action. Dann ist uns übrigens auch Knossi über den Weg gelaufen und er hat's gerade gestreamt. Sorry, Knossi. Das war ein Video. Ja, und dann sind wir durch die Heim gelaufen, haben ein bisschen Stuff gemacht, haben Leute getroffen. Und es war echt eine coole Experience. Ach ja, und Grüße von Kajo. Dann sind wir nochmal fett zum Italiener gegangen. Und ich hab mir die geilste Pizza ever bestellt. Transition. Boom. Ja, und wegen des Formproblems muss ich's nachstellen. TwitchCon. Waaaaaah. No Jokes, war cool, Alter zu treffen. Und dann ging's nach Hause mit den Jungs. Fehlst du die Karte nicht? Drei Minuten. Krusty. Nein. Ja. Gewinner. Schmeck jetzt scheiße. Ey, das ist das Outro. Das Video ist jetzt zu Ende von Tian. Ich würd mich sehr darüber freuen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das wär sehr schön. Und deswegen, mehr gibt's nicht zu sagen. Ey, ist hier der Kameramann von Monte? Das ist doch ein ganz cooler. Sie hätten auch einfach meinen Namen sagen können. Aber es ist einfacher, der Kameramann von Monte, sonst weiß jeder, wer gemeint ist. Ja, ich halt's halt lowkey.